hallo miteinander sonntag der 13 oktober 2013 im vergleich der himmel jetzt ausschaut da kommen wunderschöne kondenszerren zum ausdruck da hinten schaut wie schön die fuß dieses gesuppe ist aber wunderschöne farben da gibt es doch nichts dran zu meckern was können wir mehr in diesem schönen himmel wir haben sogar eine himmelsleiter strickleiter am himmel da oben da kann man sehen an den stufen da wurden streifen in kurzen abständen hingesetzt und dann steht halt so was beeindruckende bilder kann man nicht meckern sieht richtig schön aus und dabei bleibt es auch sehr schön die mit diesem ausdruck und ein schöner amt ja und stoppt so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und wir schauen uns mal den wunderschönen Sonnenuntergang an Mit diesen fantastischen Farben hier Sogar der Mond schaut schon raus da hinten Kurz vor südlichen Zipfel Das sind richtig schöne Farben Und einen schönen Abend Und doch Sogar der Mond schaut schon raus da hinten 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 Sogar da hinten Sogar der Mond nominees Untertitelung des ZDF, 2020